soll ich mir einfach die ganzen energists auf der map ja oh mein gott wer das von mir bildet es nicht mal ich muss der bild ist nicht mal mit mehreren spuren im live stream bei mir das im live stream funktioniert das auch nicht das ist deswegen muss alles auf spur 1 machen ja ich habe es ja ich habe es ein extra gemacht dass ich das nicht wie ich es mir ändern muss hallo lukas lukario nein lukamario jetzt muss ich keks natürlich jetzt muss ich keks natürlich auch hinzuheben wozu was ja der beschreibung von meinem stream ach so musst du nicht ist alles gut macht ja genau er weiß so schwer ist und dann halt das war ich nur bei dir gerade ich werde ich werde gemobbt in der beschreibung ist ein riesiger drache ich kann die das noch auspacken guter response wenn man kurz folgert als opfer ok gut ja natürlich du kennst du kennst den vogelführer nicht aber das ist ein übelst rassistisches buch ja das ist ein richtiger wer hat das überhaupt geschrieben irgendein typ vom server i don't know wer also ich dachte irgend einer aus dieser gruppe das ist auf dem server buch und das ist laut samuel auf jeder in jeder bücherei vom alten server gewesen was ist das eigentlich hier ist eine heiße quellen oder so diese eier ja das sind ja aber nichts ja ich dachte dass das sind spinnen oder so sind die spinnen eier ja schon geil aber wie eng sind die ja keine ahnung wie soll ich das sagen wie eine eier sind deine eier sind prall gefüllt und das gleiche habe ich auch gedacht zwei dumme ein gedanke es doch gar nicht so lang zu laufen wenn ich nicht alle 30 sekunden irgendwie vom server gekickt werden manche kisten ist einfach auch nur schrott also ich glaube ich sollte erstmal hier das können aber die frage wo unser verzauberer ist dass hier mal kiste helfen muss ich jetzt hier jetzt nicht bringen verzierter kuh das kann man mit lovens haben wahrscheinlich nicht ich denke hier ist auch so viel müll drin na einfach alles mit denn hier ist so ein ein andesit block die hat er ist wichtig es unterscheiden und steuern nehmen wir dann sind wir morgen ja noch dabei ja das dinge machen dass man es mal der gut schluss die ist durchschlug das aber heißt ich habe auch die nur ein erheber ist aber auch schon jetzt aber auch bis zu der gürtellinie über die röder die feiern preis und an und füge mit vier haxen aber jetzt wird es auch noch ging gut was sind wir wollen wir wollen wir sind klar mit dem stunden an als er muss darauf passt und kommt mit und er ist heute nicht im stream das ist auch so ok kann man schalke kisten schalke kiste eigentlich machen ja das solltest du aber wissen weil das ist seit 19 kommt es ist so gefühlt grund ja entschuldigen dass ich mit dir spiele und dein leben wird dir ja ich habe unseren Du hast zweieinhalb tausend Abonnenten? Mehr. Apfel. Auf seinem alten Account. Was? Hä? Warte, was für ein Account hast du da gerade? Warte, was für ein Account hast du da gerade? Ah ne, warte, das ist der andere Account. Was geht denn hier ab, was? Du hast zweieinhalb tausend Abonnenten? Ich denk mir auch gerade so, was hab ich verpasst, hallo? Wie geil. Doch, du kannst so viel kalendern. Ja, das hat aber meine Dinge nicht. Das hatte damals eins, vor zwei Jahren, wo ich eins hatte. Lukas, bin ich mir glücklich, ich baue aus dem Baum ab. Du weißt noch, wo ich die hunderttausende Dateien löschen musste. Da, wo ich diese 200.000 Cage Dateien hatte. Das war vor zwei Jahren, da hab ich auf 4KG erendert. Vor zwei Jahren. Seitdem nie wieder. Der ist viel länger her, als du, glaube ich, gerade denkst. Also, ja. Ich baue gerade einen Baum ab. Wie hoch stehen die Chancen, dass ich gebannt werde? Gar nicht, wenn du alles abbaust. Ich lass extra einen Laub stehen. Einen einzelnes. Ey, schwöre, du bist weg. Einen einzelnes, Junge. Ich mach hier auch ein Risiko. Ja, ich merk schon, Alter. Ja, ich bin richtig auf Krawall gebürstet. Ich weiß nicht, warum ich das scheiß Lied diese 10 Stunden lang hören könnte. Hä? So. So. Perfekt. Baum ist weg. Und kein Laub schwebt hier irgendwo. Schwach. Ich dachte, du wirst etwas erzählen müssen. Nee. Habe ich mich denn doch nicht getraus. Crimson Axolotl. Crimson Axolotl. Ich habe sogar meine zwei Name-Tags in der Kiste gespendet. Wir haben nicht Zugriff auf alles vom Lager und ich zitiere meinen Bruder. Er hat Sachen, wo er persönliche Sachen lagern will, wo wir keinen Zugriff drauf haben sollen. Digga, what the fuck. Und wir spenden alles an die Community, weißt du? Da haben wir uns mit denen überhaupt angeschlossen. Weil du allein auf den Server nix reißen kannst. Nee. Grott und ich haben es mehrfach zu zweit schon versucht und das ist, es war... Naja. Achso, es war eine Blume, die habe ich mich erschrocken. Shit, ich bin zu tief gelaufen, jetzt bin ich beim Summen. Da höre ich uns nach. Aber ich kann schon sagen, warum höre ich uns da bin. Da, bringst du mal leere Küsten vielleicht mit dann? Also, die schon leer sind. Ja. Ja, Noel, mach mal. Lauf nochmal kurz zurück, Noel. Ah, ich muss mir den Home noch setzen. Naja. Das war auch mein Fehler. Ich hab 246, was... Shit. Ich bin durch den Winther Rose gelaufen. Nimm mit, nimm mit. In der normalen Welt? Was? Ich bin auf der normalen Welt hier, in der AP-Welt. Ja, als ob diese eine Blume jemand... Ja, okay, lass liegen, wenn du meinst. Bevor du gebannt wirst. Ja, ich hab... Ja, gut, schon. Haha. Da stehen wieder Boys. Ja, vor allem hier... Hier, äh... Live-Spiel war ich es, Alter. So, Michi, jetzt sind die Karten dran. Okay. Ah ja, Prost, Grott, übrigens. Tschüss. Jetzt bin ich durch die nächste gelaufen, weil der leckt mich am Arsch. Lukas, komm mal mit. Okay, Lukas, dann bleib halt da. Wann ist? Komm mal, Mitz. Wo bist du? Hier. Genau vor dir! Da vorne steht's jetzt. Ui, das Grab von Apfel. Ja, ja, ja. Ich hab's... Ich hab's umgezogen. Wir sehen hier nur ein paar Blumen. Hey, was geht denn da? Solange der Kopf von Noelle hier ist, ist alles gut. Ja, ja. Ja. Das ist ein Relikt hier, das ist ein Artefakt. Ja, das wird ein Roleplay-Item. Mein Kopf! Ja, du heißt nicht mehr Apfel, du bist nicht mehr Apfel. Du bist nicht Apfel. Ich musste den immer in der Hand halten, weißt du? So, ich bin so Kopfloser, obwohl er seinen Kopf jetzt irgendwo trägt. Das wird Apfelig-Safe durchgehen. Nee, das ist nicht mittelalterlich. Kopflose Menschen können nicht leben.